hallo zusammen heute ist man das thema bauchmuskeltraining was würde sich besser anbieten als ein bauchtrainer denn damit könnte bequem von zu hause aus eure bauchmuskeln trainieren die meisten bauchtrainer sind dabei sogar noch sehr kompakt und ermöglichen dadurch auch ein noch effizienteres training auf minimalem raum und da es aktuell schon sehr viele bauchtrainer auf dem markt gibt haben wir uns mal die mühe gemacht euch mal die besten beliebtesten bauchtrainer heraus zu suchen welche so auf dem markt aktuell das rennen machen wenn euch das auch bauchtrainer zulegen wollt dann schaut euch unbedingt dieses video an würde ich sagen starten wir auch gleich mal durch und fangen am besten jetzt schon mal mit platz 5 an auf diesem platz haben wir den ultrasport ultra 150 auch trainer jetzt würde ich sagen starten wir auch gleich mal hier mit den vorteilen wir haben ja also zum einen ein wirklich sehr guten preis erst individuell einstellbar hat eine knieauflage einen trainings computer erst vierfach verstellbar hat leicht darauf rollen hat ein gutes klappsystem jetzt kommen noch kurz zu den nachteilen die schrauben können sich etwas lockern bei einem intensiven training und er hat leider etwas wenig schwierigkeitsstufen geben auch gleich mal weiter zu den produktdetails da haben wir hier die maße diesen auch wirklich sehr kompakt sehr gut wir haben eine gute handhabung erst leicht verstaubar erst für kraft und ausdauer gedacht hat rutschfeste handgriffe trainings computer mit display erst multifunktional einsetzbar vier schwierigkeitsstufen und die montage gelingt hier sehr einfach nun würde ich aber sagen schauen wir uns mal diesen bauchtrainer direkt auf amazon an natürlich verlinke ich euch diesen unten in der video beschreibung also schaut dort mal rein klickt den link an da kommt ihr zu dieser produktzeit und könnt durch diesen bauchtrainer nachher in aller ruhe noch mal anschauen der preis hier 63 euro 35 wirklich ein sehr guter und günstiger preis wie auch schon vorhin erwähnt damit könnt ihr also einig source trainieren die technischen details und auch so kleine anwendungsbeispiele sieht auch alles wirklich sehr gut aus ist natürlich der trainings computer wirklich das must have dass diesen bauchtrainer auszeichnet da würde ich sagen schauen wir mal zum schluss normal die bewertungen an und die fallen auch sehr gut aus wir haben ihren bauchtrainer für regelmäßiges training hier steht sogar eine muskelgarantie dran wird von einigen hier wirklich als sehr effizient und begeisternd mehr oder weniger hier empfohlen und auch sonst punkten in die bewertungen meist mit vier oder fünf sternen wie gesagt diesen bauchtrainer den flinke ich unten in der video beschreibung also schaut doch mal rein nun geht es weiter mit platz 4 und dort landet bei uns der femur profi ab trainer schauen wir uns doch hier mal die vorteile auf einen blick an den profi bauchtrainer auch mit der knieauflage ist klappbares fitnessgerät er hat informationsbildschirm oben montiert erst fünffach verstellbar hat weiche schrauben griffe und gepolsterte rollen die nachteile ja die qualität ist etwas mittelmäßig und naja die farbe erst aktuell nur in pink schwarz erhältlich weiter geht zu den produktdetails wir haben hier auch sehr schöne maße er kann wie gesagt auch zusammen geklappt werden er hat eine gute handhabung ist leicht verstaubar erst für kraft und ausdauer gedacht hat rutschfeste handgriffe gummidämpfer ist multifunktional einsetzbar hat fünf schwierigkeitsstufen unten info display da würde ich sagen schauen wir uns auch mal diesen bauchtrainer mal ganz genau auf amazon an natürlich verlinkt euch auch diesen bauchtrainer und in der video beschreibung also schaut dort unbedingt mal rein klickt den link an dann kommt ihr auch direkt zu dieser produktseite da würde ich sagen gehen auch gleich mal kurz zum preis über auch der fällt sehr gut aus 71 euro 99 da kann man sich auch wirklich nicht beschweren das liegt hier wirklich im sehr guten preisrahmen ideal für zu hause hier sehen wir ein paar übungen und dann würde ich sagen gehen wir noch mal etwas weiter runter mit den technischen daten wird nun mal alles genau beschrieben er ist übrigens bis zu 100 kilogramm belastbar dann würde ich sagen schauen wir uns auch gleich mal zum schluss hier die bewertungen an auch die können sich sehen lassen solide konstruktion wird hier auch als top bezeichnet und auch sonst wer hier wirklich etwas trainieren möchte für den ist genau das richtige wie sagt den link dazu den gibt es gut in der video beschreibung also schaut dort mal rein und klickt den link mal an nun würde ich sagen gehen auch gleich mal zu platz drei über und dort landet bei uns der sport tag bt 300 profi bauchtrainer und auch hier gehen wir gleich mal zu den vorteilen über die haben wir also zum einen auch ein profi bauchtrainer er hat eine schränkbare knieauflage informationsbildschirm eine s doppelschiene werden wir drei rollachsen und 20 höheneinstellungen und ein schnelles klappsystem die nachteile er quietscht manchmal etwas und die anleitung ist etwas ja klein gehalten geben auch hier gleich mal zu den produktdetails über auch die können sich sehen lassen auch hier die maße sind wirklich komplett in ordnung man kann wie gesagt zusammenklappen und auch das gewicht von 11,5 kilogramm kann sich wirklich sehen lassen erst dadurch wie gesagt sehr leicht verstaubar entlastet die wirbelsäule erst möglich funktional einsetzbar hat 25 schwierigkeitsstufen infodisplay und auch die montage gelingt hier sehr einfach schauen wir uns jetzt hier auch mal diesen bauchtrainer genau auf amazon an natürlich verlinke ich euch auch diesen unten in der video beschreibung also schaut dort mal rein hier gibt es auf dieser blutseite noch mal ein separates video das könnt ihr euch auch noch mal anschauen der preis der liegt bei 119 euro 99 ist also auch noch völlig in ordnung wenn natürlich nicht zu den allergünstigsten modellen gehört aber wie gesagt das ist ein profi bauchtrainer der auch hier sehr viele gute funktionen besitzt das immer noch mal hier bei den technischen daten hier wird nun mal alles genau beschrieben und aufgelistet ihr könnt auch noch mal sehen wie man den bauchtrainer hier bei den einzelnen funktionen genau verwendet wie man ihn einstellt und was er so alles ansonsten schwierigkeit stufen bietet jetzt würde ich sagen schauen wir uns auch jemand die bewertungen auch die fallen gut aus oder als top heim trainer hier empfohlen und auch die weiteren bewertungen die sehen wirklich gut aus erfüllt seine erwartungen und ist natürlich hier auch was für leute die sonst im fitnessstudio trainieren wollen und das auch jetzt mal hier zu hause ausüben möchte wie gesagt link dazu hier gibt es unten in der video beschreibung weiter geht es mit platz 2 auf diesem platz hat bei uns der finlo ab donomix bauchtrainer und dieser bauch dritter der hat es in sich und das sehen wir uns jetzt mal hier bei den vorteilen an wir haben hier wirklich einen guten preis er hat handliche maße essen studio qualität angefertigt worden hatten anti slip profile qualitäts schaumstoff hat ein kopfpolster ein geringes gewicht und ein ergonomisches design der einzige nachhalt hierbei er ist natürlich nicht zusammenklappbar aber ich denke mal bei den geringen maßen macht es keinen großen unterschied weiter geht es mit den produktdetails wir können hier noch mal die maße sehen die können sich auch sehen lassen dass wie gesagt nicht allzu groß hat ein gewicht von fünf kilogramm ist dadurch auch leicht verstaubar er garantiert ein rückenschonendes training ist dadurch auch für die rückenmuskulatur sehr sinnvoll er unterstützt die atmung erst leicht zu montieren hat eine durchdachte anleitung schauen wir uns auch mal diesen bauchtrainer hier auf amazon an auch diesen verlinkt hier unten in der video beschreibung also schaut dort mal rein und klickt den link doch mal an der preis hier 59 euro 99 ist wirklich ein sehr guter preis bekommt dem kunde alles womit ihr eurem bauch hier wirklich sehr gut trainieren könnt schauen wir uns mal hier die technischen daten und die weiteren details an sieht auch alles soweit gut aus sehen noch mal abbildungen wie man den bauchtrainer mehr oder weniger verwenden kann das passt soweit auch alles wir gehen noch mal etwas weiter runter wird noch ein paar sachen beschrieben was man damit zu alles machen kann und da würde ich sagen uns jetzt auch hier noch mal den bauchtrainer von den bewertungen her an die wertungen fallen hier auch sehr gut aus wird als super funktionstrainer hier beschrieben viele kunden würden den noch mal kaufen und auch wir sind wirklich sehr begeistert insbesondere der preis ist natürlich hier ausschlaggebend wie gesagt den bauchtrainer den jetzt unten in der video beschreibung verlinkt also schaut doch mal rein so kommen nun zu platz 1 unserem vergleichsieger und dort landet bei uns der ultrasport ab trainer schauen wir uns also hier auch mal direkt die vorteile an wir haben hier zum einen einen ebenfalls sehr guten preis erst hier zusammenklappbar er dadurch noch handlichere maße hat schnell schraubsystem der kopfpolsterung erst mit schaumgummi und mantel hat ein sehr geriges gewicht er ist auch hier mehrfarbig erhältlich der einzige nachteil hierbei vielleicht erst erst was für einsteiger guck muss sie noch mal die produkte teils an wir haben wie gesagt sehr kompakte maße und auch ein sehr geringes gewicht von 1 kg er ist leicht verstaubar entlastet die wirbelsäule ist auch was für die rückenmuskulatur die montage gelingt ja auch sehr gut und auch die anleitung ist hier wirklich sehr übersichtlich beschrieben jetzt würde ich sagen schauen wir uns auch mal diesen bauch trainer also unseren vergleichsieger hier auf amazon direkt an wie gesagt auch diesen gibt es unten in der video beschreibung verlinkt kriegt also auf den link mal drauf da kommt auch zu dieser produktseite hier und könnt euch das normal in aller ruhe nach dem video anschauen der preis ist hier unschlagbar 27 euro 28 ist wirklich ein sehr guter preis insbesondere hier wenn ihr nach einem einstiegsmodell weil es sucht wenn wir sagen schauen wir uns mal hier die weiteren daten an und auch hier wird der bauch trainer mal sehr gut beschrieben er ist wirklich sehr einfach zusammenzubauen er kann wie gesagt gut zusammengeklappt werden und spart damit auch sehr viel platz die bewertungen die fallen auch sehr gut aus schönes trainings gestellt es ist ein toller bauch trainer viele wird diesen auch weiter empfehlen und auch wir sind sehr zufrieden damit von dem preis leistungsverhältnis er ist es definitiv unser vergleichsieger wie gesagt den link dazu den gibt es unten in der video beschreibung also schaut unbedingt mal rein klickt den link an da könnt ihr euch diesen bauch trainer nach dem video noch mal alle ruhe anschauen unser vergleichsieger steht also fest ist es der ultrasport ab trainer und er schauen wir uns auch noch mal die vorteile hier auf einen blick an wenn den erstklassigen preis erst zusammenklappbar er hat handliche maße und schnell schraubsystem der kopfbrüsterung und ein sehr geringes gewicht so das soll es nun gewesen sein ich bedanke mich fürs zuschauen und selbstverständlich verlinke ich euch alle bauch trainer unten in der video beschreibung also schaut dort mal rein und klickt mal die links an wenn ihr mehr über heimtrainer wissen wollt dann schaut euch doch auch mal unsere webseite an www.heimtrainer-test24.de dort findet ihr vergleiche zu ergometern zu cross trainern zu ruder geräten aber auch zu kraftstation dazu gibt es ein heimtrainer finder einen direktvergleich viele interessante produktberichte und wir haben ja auch hier einen sehr großen ratgeber der euch sehr gutes und spannendes wissen hier über mittel wenn euch dieses video gefallen hat dann gibt auch mal hier einen daumen hoch und abonniert unseren kanal bis bald